Ein Ziel, das ich schon immer erreichen wollte, mal für die FCZ zu spielen. Mein Vorbild ist Sergio Ramos. Eigentlich schon seit klein auf, weil ich auch Real Madrid-Fan bin. Seine Art, wie er verteidigt, hat mich immer fasziniert. Für mich bedeutet es, sehr viel Fussballer zu sein, weil es das, was ich seit klein machen durfte. Und auch das Wied zu meinem Job zu machen. Und dass es eigentlich etwas vom Wichtigsten in meinem Leben ist. Die meiste Zeit habe ich mit Kollegen, einer Freundin, meiner Familie. Gegen Ende der Saison, wo wir jetzt allgemein ein bisschen weiter unter der Tabelle waren, war es ein bisschen schwieriger, wir haben wieder die Spielzeit bekommen. Aber so einen grossen Tiefpunkt habe ich nie gehabt. Ich kann eigentlich schon recht zufrieden sein, dass ich jetzt so viel Spiel machen durfte. in der Superliga. Ja, die FC Zürich bedeutet in mir viel. Ich fühle mich wohl. Sie zeigen mir, dass ich dazugehöre. Ich bin schon seit klein auf ein riesen Fan des FCZ. Und ja, es ist eigentlich ein Ziel, das ich schon immer erreichen wollte, mal für die FCZ zu spielen.